Er grüttet sie alle miteinander, Slug sie hier wieder. Nächster Teil für Turok steht ins Haus. Am Forcefield gedownt und so eine komische Schale erledigt. Jo, also das wird jetzt mal richtig knackig mit der Energie. Vor allem wegen solchen Aktionen und zwischendurch immer mal wieder. Wir folgen einfach mal dem einzig möglichen Weg. Ja. Das ist schon etwas. Scheiße, fortgeschritten die Uhrzeit. Aber das stört... Fuck. Das stört mich nicht. Was mich stört, ist so ein... So ein... Ein Fluppengerät da oben. Das nichts kann außer Feige auf mich zu schießen. So. Aber das ist natürlich nicht das Erste und nicht das Letzte. Dahinter ist hier... Oh no, yo. Ja. Aus großem Abstand. Feige rüber, gesnipert aber... Anders haben wir aber da keine Chance. Kommt, hier kommt noch einer. The big one. Yes. Dampf ab, Kollege. So. Mal auf jeden Fall noch mal versorgen mit Energie hier überall. Ganz wichtig. Und die Firestorm Canvas ist echt... Eine sehr, sehr gute und effektive Waffe hier. Auch so aufgerüst. Unbedingt. Ja, da hast du wenig Chance, Fläger. Oh no, full health. Full health. Das kommt wie gerufen. Und hier kommt keine neue Energie. Ah, doch. Ah, Energie, sag ich schon, Munition. Wow. Ja, komm, wenn du schon hinplopst. Nimm mal dich mit. Ähm, okay. Ich wollte gerade sagen, verzichte ich. Immer schön auf die 12. So, den hätte ich... Ah, was ist denn jetzt? Jo, den Flammenwerfer, den gibt's ja auch noch. Ah, komm. Komm, komm, komm. Was ist denn angezündet hier? Freunde. Hehehe. Okay. Hallo. Äh, den Rest machen wir mal mit dem Blade. Guck, der Hund drauf. Äh, okay. Hier sind keine Hündchen mehr. Okay, Leute, jetzt muss der Aufzug funktionieren. Tut er. Da oben. Weg da. Halt. Nimm mich mit. So. Also, ihr seht, es geht immer Schritt für Schritt voran hier. Oh, shit. Boah, der hält aber auch lange durch, muss man sagen. Und der Schredder. Und der Schredder. Da kommt's auch was. Jo, so einer. Aber pscht. Boah, hast mich entdeckt, ja? Tja. Pech für dich. Meine Kanone ist stärker als deine. Nein. Sagt bloß, wir sind... Boah. Ah, jo, stimmt. Jetzt können wir hier runter. Bevor wir die ganze Zeit... Oh, hallo. Das Forcefield down war. Scheiße, wie viel sind wir das? Alter. Das Ultra-Helf nehme ich jetzt an dieser Stelle mit, weil... ...die irgendwie auf Munition zu sparen, äh, auf Energie zu sparen, ist Quatsch. Denn dir wird eh da unten so viel abgezogen. Da kommst du nicht mehr hinterher. Ah, ne Schade. Oh, ne Schade geht eh allein. Kommt jetzt bestimmt mal eine kleine Verstärkung wenden. Oh, ne, diesmal nicht. Na gut. Guck mal, der geht's. Guck mal, der ist schon so losgegangen, ne? Ja, das geschieht dir recht, Freund. Guck mal, der ist schon so losgegangen, ne? Oh, der Grenade-Launcher. Oh, der Grenade-Launcher. Stimmt, da war die Munition ja auch nicht grad prickelnd. Scheiße, wir nehmen den Flammen einfach. Was geht denn jetzt? Oh. Ach, du Scheiße. Ist jetzt aber grad extrem unpassend. Hilfe. Schöne. Du Schweinepiester. Mir direkt dann vor die Nase gesetzt. Alter. Das gibt's doch nicht. Ach, was ist denn das Vieh gemacht? Weil der hätte jetzt ja ewig gebraucht. Okay. Schöne. Aha. Selbstes Prinzip. Schalter umlegen, Schaben kommen. Dann legst du die Schaben um, dann kommt der nächste Schalter. Aber ihr habt doch nicht alle einen Strahl. Müllt mich hier zu mit so einem Gegnern. Es war aber echt übel eben. Hä? Okay. Einer fehlt noch. Dann haben wir alle vier Ecken. Boah. Bleib halt mit denen und mach gar nichts, Digga. Nichts dagegen. Alle nicht. Schaden. Gute alte Flammewerfer. Ja. Das Beste gegen jede einzelne. Kotzkrücke hier. Ah, sieh mal an. Ja, so schnell brennst du, mein Freund. Hehehe. In den Sonnen. Leck. Ameisen, ey. Gerade eine riesige Lupe. Über dir. Wow, Alter. Ich hab dann im Abgedrück vom Wasser tot. safe point. Weiter geht's. Ah, der Flammewerfer ist echt schön. nur halt ein bisschen wenig Tank. Aber dafür sehr effektiv, wenn du triffst. kaufst du euch da mal allen zu Hause. Ja. Nein, hier. Okay, Kinders. Boah. Es lag sie gegen die Schattenwelt Runde 2. Na. Hört mir gleich den Kopf verlieren. Okay, Freunde. Zuerst runter. Warte mal. Ne, ne. Sehe ich doch von hier aus. Danke. Pssst. 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 Ich hab' ich. Wo ist die Fa... Wow. Alles klar. Okay, okay, okay. Ihr Schweine, ne. Wolltet mich wieder verarschen. Weil natürlich wollten sie das. Da, die komischen Schlangenabwehr-Basilistenanlagen. Naja. Nicht mit mir, Freunde. Nicht mit mir. Okay. So weit, so gut. Ah, da drüben kein... Pssst. Wow. Jagt mir doch nicht so einen Schrecken rein. Himmelarschen-Spirrung. Ah, komm. Den nehm ich mal mit. Okay, hier wird angedeutet. Hier gibt's... Jo. Kommt doch, Männer. Und es hat natürlich niemand gesehen. Hier, mach mal einen. Zeckbogen. Schredder. Und... Pistole. Also merken. Hier ist der Nächste. Den nehmen wir gleich mit. Wo komm ich denn jetzt hier raus? Leck mich, ey. Komm, da oben komm doch bestimmt gleich wieder. Jo. Boah. Zack, mein Freund. Tja, das sieht so alt aus, wa? Scheiße gelaufen. Ja, und jetzt ist der Bohrer weg. Schweine können fliegen. Ist klar. Das ist heute der Unrealismus hier. Es ist schön hier von hinten angeschlichen und dann... Echt unglaublich. Ach so. Guck mal an. So, mein Freund. Kann ich ja auch. Die Ecke schießen und bescheißen. So, so. Egal. Oh nein. PFM Layer. PFM Layer. Oh mein Gott. Das ist ja so eine Kacke hier unten. Um euch den mal zu zeigen. Das ist so eine Art Min-Laga. Den schießt ihr da hinten. Und dann fliegt er so hoch. Und die... Tolle Mine trifft eh nicht. Von daher den Raum. Da fahren jetzt überall die Schilder runter. Und ihr müsst einfach nur... Schnetzeln. Und es kommen immer wieder Schaben nach. Das ist total toll, ist das hier. Hä? Und so kommen hier keine Schaben nach. Habe ich das falsch in Erinnerung? Ah. Okay. Der Rundgang wurde geschlossen. Bleibe ich nicht von runter. Ah. Und auf einmal bist du aus dem Nix da, ja. Mistvieh. Bist eine kleine Ratte. Bist eh nicht lang durch. Sag bloß, ich hab da oben was vergessen. Nee, gar nicht. Hä? Mein Gott. Geh doch weg. Boah, komm schon. Mein Gott. Treff die... Also mit normalen Waffen hast du echt gelitten. Oh, was war das von... Oh. Energie und Munition. Hallo. Ich bin aber noch nicht fertig. Freunde, ich will wissen, wo der letzte Gang ihm geht. Weil dieser Teleporter bringt mich bestimmt... Komm mal ab. Er bringt mich bestimmt eins weiter. Ach so. Ein Level Key. Gut zu wissen. Jo. Nicht schlecht. Hier haben wir das War Portal. Und das gibt's ja bekanntlich da hinten. Wir machen folgendes. Ich lade mich auf. Hier mit Munition und Energie. Und wir sehen uns dann vom Portal beim nächsten Part. Bis dann, euer Sluxy.